Ein Freund wurde aus unserem Zimmer geklaut und ist zu so einem Miniaturzweck geworden und jetzt will er uns auffressen. Das müssen heute Brox und ich überleben und wir müssen gucken, ob wir ihn finden. Freunde, es wird sehr, sehr lustig, dass ihr gerne einen Like und auch einen Abo da für mehr tägliche Ruhungsfolgen und jetzt viel Spaß. Wow, Kasper. Wo sind wir denn hier in welchem Haus? Oh, guck mal, da kommt eine kleine Figur. Hä, was? Hä, ist das hier gerade ein Traum oder was ist das gerade? Oh Gott. Was? Der zieht den neben mir weg. Oh, wow, wieso zieht der den weg? Ich weiß auch nicht warum. Wieso hat er den gerade weggezogen? Der hat den echt gerade weggezogen, ne? Ich habe das ja schon bis aufgesehen. Oh mein Gott, ich wollte, ich weiß auch nicht, was da gerade los war, sag mal. Guck mal, wir sind hier in der Schule. Oh ja, stimmt. Lass mal da hinten gucken, was da ist. Ja. Oh, okay. Irgendwie ist hier irgendwas, stimmt hier in der Stadt auch nicht, habe ich das Gefühl. Hier sind auch ganz coole Spots, siehst du das? Oh ja, aber warte, ist der abgesperrt, elektrischer Zaun. Ich weiß, oh nein, wo gehen wir denn jetzt hier rein? Oh Gott, oh Gott. Ist das ein Bunker? Ja, es sieht aus wie ein Bunker, ne? Oder? Was ist das für ein tomisches Teil? Oh, ich denke mal, oh, das finden wir jetzt da raus. Okay, okay, dann lass mal gucken, was ist denn hier? Hä? Wo sollen wir denn jetzt hier hin, sag mal? Pass auf, Moment, wir müssen jetzt nicht mal schlau denken. Ja. Wir müssen jetzt hier irgendwo aus diesem Bunker oder so rauskommen und unseren Freund suchen. Okay, 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 also, ah, die hat hier schon was. Die hat schon eine Checkkarte. Pass auf, pass auf, dass du nicht so runterfällst oder sowas. Guck mal. Sehr gut, die macht hier direkt alles auf. Oh, jetzt gibt es auch eine Karte. Hier geht es auch noch lang. Wo geht es hier hin? Was bringt das hier? Hier hat es noch eine Karte. Ne, hier Computer. Oh, da brauchen wir so ein Gerät für. Das sieht aus wie so ein Beamer, ne? Den wir dafür nutzen. Ja, ja. Warte mal, ist das hier? Ist hier vielleicht irgendwo noch was? Oh, hier brauchen wir einen Hammer auch für. Okay, gut, wir müssen ja erst mal ein bisschen umgucken hier, wo wir was finden. Okay, sie hat einen blauen Schlüssel auch noch, ne? Hä? Was? Was ist denn hier? Was denn? Hier sind so Miniaturmenschen, zwei Stück, die laufen so mit so Seil aneinander. Lauf vor dem Weg, die dürfen sich nicht berühren. Lauf vor dem Weg. Ich habe die gerade irgendwie, glaube ich, schon berührt, aber es ist gar nichts passiert. Ja, hier, roter Schlüssel. Okay. Ja, ich habe die Tür aufgemacht. Ich habe den Hammer, ich habe den Hammer. Sehr gut. Und ich habe so eine, äh, ich habe irgendwas gerade. Oh Gott, da kommen ganz viele, oh mein Gott, da kommen ganz viele kleine Figuren. Lauf weg, lauf weg. Wo muss ich den Hammer hinbringen? Du musst es mir sagen. Äh, Hammer, ich war, ich weiß, wo, ich weiß, wo, komm, ich bin beim Computer, ich bin beim Beamer, beim Beamer. Alter, da sind so viele kleine Figuren, ich sehe sie auch gerade. Bist du beim Beamer, du musst hier irgendwo, Beamer, wo bist du denn? Hier rechts, wo bist du denn? Ich bin in der Mitte. Warte mal, hier, brauche ich, ja, hier brauche ich den Hammer. Ich habe, ich habe aufgemacht. Was ist das denn? Oh mein Gott. Wow, guck mal. Ja, ich habe die, ich habe die eingeführt. Okay, okay, lauf, 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 lauf. Hier in die Tür rein, oder was müssen wir denn hier überhaupt machen? Ich muss hier irgendwie so fuse. Ja. Mach rein, mach rein. Die kommen jetzt gleich wieder, die kommen jetzt gleich wieder. Oh, komm, schnell hier durch, 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 nach unten, nach unten. Mach doch zu, mach doch zu, die Tür alles. Okay. Ja, die geht doch nicht zu. Los, auf, die kommen jetzt, die kommen jetzt. Ihr blaues Schüsse, keine. Nein, die war oben, die war oben. Ich habe das gesehen, wo die war. Oh Gott, ähm, die kommen jetzt, glaube ich. Ich höre sie. Oh, 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 ja. Ja, hoch, hoch, hoch. Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, ob die kleinen Tierchen klettern können. Warte mal, hier war irgendwo, hier war irgendwo diese blaue Checkkarte. Hier noch ein Raum, weiter nach links. Ja, ich weiß nicht, wo, warte mal. Hier links, da ist sie, da ist sie. Komm, hol die. Ich habe sie, sehr gut. Okay, komm, wir gehen den normalen Weg nach unten. Oh, pass auf, pass auf. Oh mein Gott. Da ist auch schon einer hier hinter der Tür. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier runter spreche. Oh mein Gott. Die klettern hoch. Nein. Lauf, mach zu, mach zu, wieder nach unten. Wieder nach unten, wieder nach unten. Schnell, schnell nach unten. Oh Gott. Okay. Okay. Mach auf, mach auf, mach auf. Mach auf, ich mach auf, ich mach auf. Oh, sie hat auch das Ding, sehr gut. Okay. Oh, yeah. Gut, die Tür ist aufgemacht. Wofür brauchen wir das? Hier ist das Teil, oder? Ja, ich habe das Ding für den Fernseher von oben. Pass auf, die kommen nach rein, die kommen. Nein, aua. Hey. Hey. Flash. Oh. Oh mein Gott, danke. Ich habe dich gestunt. Oh mein Gott, du bist du das Leben gerät. Ich bin halb tot. Ich habe dich gestunt, Kasper. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte, hier ist ein Virus. Ich habe mich ein bisschen anbeißen lassen. Alter, ich bin halb. Die haben auf mich auch immer. 9193. 9193 ist der Code. Für irgendwas. 9193. 9193. 9193. Oh Gott. 9193. Hast du eingegeben? 9193. Oh Gott, oh Gott. 9193. Nein, da kommen die Schuhe. Ich will doch hier gar nicht mehr überleben. 9193. Ja. Jawohl. Wo bist du? Ich bin Teleporter. Bist du unten? Ich wurde teleportiert. Bist du unten? Nein, ich werde gekillt. Nein, Kasper. Ich wurde gefesselt. Oh Gott, ich bin... Nein. Aua. Ich muss... Ich sterbe. Ich sterbe. Ich bin tot. Mann, was machst du denn? Mann, die haben mich aufgefuttert. Ich kann nichts dafür. Mann, ey. Du kannst hochklettern, runterklettern. Ich hatte keine Chance. Mann. Ich war nicht mal in der Nähe und der hat mich aufgefuttert. Ja, zweimal musste ich dieses Leben retten müssen. Mann, ey. Und wir haben uns da teleportiert. Wir sind jetzt hier gerade zu unten. Okay, ja. Ich gucke dir gerade zu. Dann zeigt man doch... Vielleicht kommt man da auch irgendwie raus oder so. Ja, das checken wir ja gerade ab. Ich glaube... Hä, bei mir war halt so... Ich bin in die... Ich bin nicht mal... Der hat mich nicht mal berührt und trotzdem hat er mich schon gehabt. So, weißt du? Wo gehst du den Teleporter hier? Oh, der sieht ja krass aus. Wow. Hä? Alter. Was passiert mit deinem Charakter? Okay. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, okay. Also du musst halt nur irgendwas finden, Brock. So. Ja, pass auf. Pass auf. Du musst mir auch Tipps geben jetzt. Ja, ich gucke mal... Ja, ich gucke mal ein bisschen zu. Also hier oben irgendwo vielleicht. So, du musst jetzt hier mal... Hier, ja, das sieht gut aus. Rote Checklatte. Fuel. Ich frage mal, da steht doch irgendwas. Da geht's doch raus! Ausgang! Ja, das war's! Okay, sehr gut. Hä, bist du rausgekommen? Ja, ne? Ja, ich bin dann so mit Helikopter. Ah, sehr schön. Ja, sehr gut. Oh nein. Oh nein. Ich kann dir gar nicht mehr zugucken. Ich bin da in die Laterne geflogen. Was? Ja. Und jetzt bist du draufgegangen? Ja, jetzt müsstest du es nochmal machen. Och, Mann! Oh Gott, oh Gott. Es ist ein neuer Tag. Ich glaube... Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir das alles nur träumen. Glaubst du ehrlich, dass wir das alles nur träumen? Wen sucht er sich aus? Was? Guckt der mich so komisch an, Kaspar? Der! Der guckt dich echt ganz komisch an! Was denn? Bugsau! Bugsau! Nein! Nein! Kaspar, der hat mich so komisch angeguckt. Nein! Nein! Was passiert jetzt mit dir? Bist du jetzt zu so einem Mini-Ding? Ich weiß nicht. Ich werde es gleich sehen. Oh mein Gott. Okay, okay. Ich bin jetzt hier wieder in der Schule. Also ich werde es hier erstmal abhauen, ey. Ich muss jetzt wieder in den Bunker und dich befreien. Du musst doch hier irgendwo sein. Broxo! Broxo! Hallo? Hallo? Ja, so. Wir freuen uns jetzt hier im Bunker drinnen. Was höre ich da? Ich habe eine kleine Mini-Army bei mir. Was höre ich da? Bist du jetzt hier der irgendwie, weiß ich auch nicht, das Opfer oder was? Was ist los? Was ist los? Wieso lachst du so? Wieso lachst du so? Wo bist denn du? Na, wo seid ihr? Ich sage dir garantiert, nicht wo ich bin. Kann ich auch Türen aufmachen? Oh, ich kann auch Türen aufmachen. Oh Gott. Da habe ich dich gerade kurz gesehen, ey. Da vorne ist eine. Komm her. Oh Gott. Da laufen doch kleine Mini-Fuzzis hier von dir rum. Ich weiß. Wir sind auch hier. Jetzt haut die wieder ab hier. Tasse. Okay, wir müssen noch irgendwas machen hier, ne? Hier vorne. Oh, hier geht es runter? Okay, mal gucken, was hier unten ist. So. Hier, ja, hier geht es rein in die Räume. Verschlossen. Kommt mal ran hier. Gehen wir mal nach unten, kleine Männer. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Oh Gott, oh Gott, die hat die genau zu mir gelockt, da. Oh, ich kann ja nicht reingehen. Hier lang, hier. Hier komme ich doch her. Also was muss ich jetzt hier machen, ey? Hier vorne. Da kann ich auch noch nicht rein. Ist auch mal verschlossen. Hier rein, ja. Oh, wir können alle klettern. Und hier kann ich auch lang, oder? Ja. Sehr schön. Ja, hier ist einer. Wow. Hier ist kein Raum. Oh nein. Lauf durch. Komm rein hier. Ja, sehr gut, sehr gut. Wo ist sie jetzt hin, ha? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, okay, sehr gut. Ja, solange wir hier ein bisschen befreit werden. Ja, also wir müssen jetzt hier... Ich hoffe, wir müssen nach unten jetzt, ne? Hey, die macht direkt die Tür vor mir jetzt. Jetzt liege ich hier auf dem Boden. Ja. Wow. Trifft ihn. Nein. Jetzt haben alle gelaufen auf ihn. Ich bin auf ihn drauf. Nein. Ich bin auf ihn drauf. Lass meine Freunde in Ruhe. Piks ihn. Ja. Lass meine Freunde auch in Ruhe. Was bist du für ein böses Monster geworden? Alter. Oh mein Gott. So, alle versammeln. Wow. Ne. Ah. Das sag ich zu euch. So nicht. Ah, gut geblendet. So nicht. Wir gehen nach ganz unten jetzt erst mal. Und gucken erst mal, was wir hier noch einsammeln können. Wie ist denn da Falle? Wie ist denn die Falle angelaufen? Nein. Nein. Du musst hochkommen aus der Falle. Ach Mann. Jetzt habe ich eine Falle verloren und die ist schon da draußen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier zumachen. Sag mal, also irgendwie laufe ich hier im Kreis, habe ich das Gefühl. Nein. Oh Gott. Wo ist sie jetzt hin? Hier hat noch eine Falle von mir. Noch nicht. Da hinten ist sie. Da hinten läuft sie. Sie macht da gerade das Ding in die Wand. Ja. Hier musst du her. Oh Gott. Oh Gott. Lauf hier lang. Nein. Oh Gott. Auf Kasper. Schraus hier. Mann. Oh Gott. Oh Gott. Mach da noch rein. Mach da noch rein. Nein. Oh. Du blödes Vieh. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Du killst mich. Ja. Aua. Was hast du davon? Hast du mich geflasht? Du hast mich direkt gekillt, du Assi. Ja, weil du mich geflasht hast. Mann. Auf ihn. Oh mein Gott. Der Arme. Ja. Der Arme. Was? Yeah. Hast du alle gekillt? Ich hab sie alle besiegt. Oh mein Gott. Du Horror Broxo. Freunde. Broxo ist einfach auch komplett durchgedreht wie unser Kollege. Ich sag mal so. Der hat uns einfach mal komplett hops genommen und aufgefressen mit seinen ganzen kleinen Mini Broxos. Ist aber trotzdem wieder Oldtober gemacht. Wenn ihr wollt, dass wir das nochmal spielen. Wo wir sozusagen bis zum Ende kommen. Dann lasst uns mal gerne ein Like und auch ein Abo. Da tut mir das nochmal. Check gerne eins von anderen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Hat einen schönen Tag. Bis dahin. Und ciao, ciao.